Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Montag, der 6.01.2020, um 5.53 Uhr und ich bin seit, naja, einer halben, dreiviertel Stunde wach etwa. Bin immer wieder wach geworden, weil ich gucken wollte, wie lange ich noch schlafen kann. Eigentlich total bekloppt, aber ja, so ist das nun mal. Und jetzt haben wir es kurz vor 6 Uhr und ich bin dann, glaube ich, heute schon 6.30 Uhr im Büro und nicht erst 7 Uhr. Aber ja, ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Ich bin gestern gut eingeschlafen, habe gut durchgeschlafen. Es war auch kein Krach im Haus. Das fand ich ganz schön, dass nach der Riesenparty am Samstag zu Sonntag heute Ruhe war. Und ich freue mich schon, ein paar Kollegen wieder zu sehen. Bin echt gespannt, wie es so aussieht, ob irgendwas Neues verkündet wurde. Ich werde heute meine Busmarke abholen, meine BVG-Marke. Wir haben ja jetzt so eine Plastikkarte von der Firma bekommen, wie eine Jahreskarte ist das im Endeffekt. Und die wurden irgendwie Ende letzten Jahres in die Firma geliefert, aber da hatte ich ja schon Urlaub. Und deswegen werde ich die mir heute mal schnappen. Und ansonsten, gestern war ja ein Süd, ich habe noch The Orville, zumindest eine Folge geguckt. Ich habe es nicht zu Ende geschaut, bin irgendwann um 21.15 Uhr dann ins Bad und um 21.30 Uhr war ich im Bett. Und mal gucken, wie der Tag heute so wird. Arbeiten bis 16 Uhr, schätze ich mal, irgendwas in dem Dreh. Okay, dann zur Post, meine Speichelprobe in die USA schicken, eine Amazon-Bestellung noch verschicken. Und dann gehe ich heute ins Kino und gucke zusammen mit Jermaine den zweiten neuen Jumanji-Film im UCI an der Warschauer Straße, am Mercedes-Platz oder so heißt das, glaube ich. Ja, da sind wir heute um 16.50 Uhr, um das mal uns anzuschauen, dieses Luxuskino. Ja, und dann noch ein bisschen was arbeiten für Freelance. Ich habe gestern Abend noch zwei E-Mails verschickt an die beiden Kunden, dass ja jetzt wieder alles losgeht und was ich gerne machen möchte die nächsten Tage. Und jetzt schauen wir mal, dass ich dann heute Abend vielleicht noch hier und da ein bisschen was geregelt kriege oder in die Gänge kriege. Ja, dann würde ich sagen, startet alle gut in die neue Woche. Es gibt ein paar, die haben noch Feiertag heute, denen wünsche ich noch einen schönen freien Tag. Alle anderen, die heute wieder mit Schule, Arbeit, was auch immer anfangen, kommt gut in den Tag. Und wir sehen uns morgen früh beim nächsten täglichen Vlog hier auf diesem YouTube-Kanal, wenn ihr mögt. Also, bis dann. Ich muss jetzt noch eine Runde Fortnite spielen oder zwei. Tschüss.